Hallo Leute, heute zeige ich euch eine meiner Hauptaufwärmübungen beim Brustschwimmen. Und zwar ist das eine Übung für das Wassergefühl. Man benutzt nur den linken Arm zusammen mit dem rechten Bein und umgekehrt. Das ist also so eine Art Anfadenübung. Man zieht mit dem rechten Arm, ganz normal wie man das auf einem Brustschwimmen machen würde, und gleichzeitig mit dem linken Bein. Und so versucht man ein bisschen die Koordination zu tun und ein gutes Gefühl dann eben für das normale Brustschwimmen zu kriegen. Bei mir ist das ein Brustanteil meines normalen Aufwärms. Und jetzt zeige ich euch mal kurz die Übung. Danke schön!